Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal wie ihr einen Netzwerkordner in Windows erstellen könnt, den freigeben könnt, sodass ihr dann zum Beispiel von eurem Drucker auf diesen Netzwerkdrucker zum Beispiel drucken könnt oder dass ihr einfach sozusagen auf diesen Ordner Zugriff habt von anderen Rechnern oder so. Oder eben auch mit Apps von eurem Handy könnt ihr da Daten austauschen. Vorab, das Ganze funktioniert natürlich nur wenn dann euer Rechner an ist, sonst kann man auf diesen Ordner logischerweise nicht zugreifen, weil der Rechner ja dann nicht am Netzwerk sozusagen angeschlossen ist, wenn er ausgeschaltet ist. Ja, wie funktioniert das Ganze? Einfach mal dort wo ihr wollt einen neuen Ordner erstellen. Ja, ich mache das hier mal auf dem Desktop. Wir nennen den jetzt einfach mal Test-Netzwerkordner. Einfach mal so, nur dass man erkennt. Und was ihr dann tun müsst, ist ihr geht mit Rechtsklick hier drauf, dann geht ihr auf Eigenschaften, dann auf Freigabe und dann könnt ihr hier auf Freigabe klicken. Ja, also wenn ihr jetzt hier drauf klickt und hier auf Freigabe sozusagen klickt, dann steht hier auch, dass es jetzt freigegeben wurde. Man kann hier den Link, also den Zugriff zu diesem Ordner teilen und hier unten steht das auch nochmal, ja, wenn der Computer eben ausgeschaltet ist oder im Robo-Zustand ist, könnt ihr da nicht drauf zugreifen. Ja, ihr hättet jetzt hier die Adresse und diese Adresse könnt ihr dann hier zum Beispiel kopieren und dann auf eurem anderen Rechner eintippen. Das Ganze würde auch funktionieren und ihr würdet auch auf den Ordner sozusagen Zugriff haben. Das Problem ist nur, ihr habt hier natürlich so einen ganz langen Pfad und das ist vielleicht ein bisschen stressig einzugeben und ihr könnt auch hier die Rechte sozusagen nicht verwalten. Das heißt, ihr könnt nur sehen, was drin ist. Ihr könnt ihn aber nicht wirklich bearbeiten, den Ordner oder da irgendwas reinschieben. Deswegen kommen wir zu Schritt 2, ja, hier unten ist die erweiterte Freigabe. Klickt ihr hier einmal drauf. Ihr müsst Administratorenrechte dazu besitzen, seht ihr ja auch hier, ja, an diesem Symbol. Ihr könnt dann hier auf diesen Ordner freigeben klicken, hier den Namen eingeben und dann könnt ihr hier auf übernehmen klicken. So, haben wir jetzt getan und jetzt gehe ich mal auf meinen anderen Computer und gebe das dann sozusagen mal ein. Na, ich tue mir das mal kurz hier rüberziehen, nur damit ich den Namen habe. Ich habe hier eine virtuelle Maschine und sind es hier auf der virtuellen Maschine. Öffne hier mal den Explorer, gehen aufs Netzwerk und bei mir ist jetzt das Problem, ich finde den Computer im Netzwerk nicht. Wenn das bei euch auch der Fall ist, ja, dann erst mal hier oben draufklicken und dann könnt ihr gerade den Pfad, den wir gerade hier gesehen haben, ja, also ich kann den da mal hier draufschieben, ähm, diesen Pfad hier mal eingeben. Ja, ich kann es jetzt leider nicht kopieren, deswegen muss ich das mal abtippen. Ähm, machen wir einfach mal, ja, sind diese Backslashs. Guck mal hier, da haben wir Desktop, steht schon da sogar, weil ich es vorhin schon gemacht habe und dann müsste ich mich jetzt in meinem Fall hier anmelden. Ähm, wie gesagt, Benutzername und Kennwort müsst ihr hier reinschreiben. Na, Moment, ich muss natürlich auch tippen. So, ähm, könnt ihr dann hier auf OK drücken und dann seid ihr angemeldet. Jetzt seht ihr hier auch schon den Test-Netzwerk-Ordner, könnt ihr drauf zugreifen und wir können jetzt zum Beispiel mal sozusagen was an dem Ordner verändern und da werdet ihr merken, wenn ich jetzt hier auf Neuer Ordner klicke, das Ganze funktioniert nicht und wenn ich hier auch auf Wiederholen drücke, das Ganze geht nicht. Ich mache die virtuelle Maschine mal wieder zu, sind wir wieder auf meinem normalen Rechner, wo ja auch der Ordner hier ist. Was ihr dafür jetzt tun müsst, ist, ihr geht hier unten auf Erweiterte Freigabe, dann geht ihr hier auf Berechtigungen und dann könnt ihr hier die Zugriffsrechte verwalten, ja. Wir können jetzt hier nur lesen, das ist auch der Grund, warum wir, ähm, sozusagen gerade nichts ändern konnten an dem Ordner. Was ihr noch machen müsst, ihr müsst ändern, zulassen oder einfach gleich Vollzugriff, ja. Ihr müsst dann auf Übernehmen klicken und was jetzt noch ganz wichtig ist, ihr müsst OK drücken und hier auch nochmal Übernehmen und OK drücken, ja. Und erst jetzt wieder können wir zurück wechseln und wenn ich hier jetzt auf Wiederholen drücke, dann funktioniert das Ganze auch. Wenn bei euch irgendwie ein Fehler auftreten sollte und ihr den trotz dieser Adresse hier nicht finden solltet, den Ordner, dann geht ihr mal auf dem PC, wo ihr sozusagen die Netzwerkordner erstellt, habt hier unten auf Netzwerk- und Freigabe-Center und da müsst ihr das hier, was hier steht, das muss so eingeschaltet sein, ja. Also ein Netzwerkerkennung muss eingeschaltet sein und dieses Kästchen hier muss auch aktiviert sein. Ja, ihr könnt hier unten, also es ist jetzt für ein privates Profil, ja. Wenn ihr das auf, ähm, Gastprofil macht, dann ist das natürlich, ähm, schwierig, da würde ich das nicht einschalten, seitdem ihr habt sowieso nur einen Standcomputer, aber es ist natürlich besser, wenn euer Netzwerk schon auf ein privates Profil eingestellt ist. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, dann müsstet ihr das mal umstellen. Dazu kann ich nochmal ein separatiges Video machen, ähm, würdet ihr dann dementsprechend mal auf meinem Kanal finden. Ja, ähm, hier unten könnt ihr auf alle Netzwerke klicken und hier ist das nochmal so ein bisschen Verschlüsselung, ja. Ihr könnt ihr Kennwortgeschütztes freigeben ein- und ausschalten, das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass man dort den Benutzernamen und das Passwort eingeben muss, dann schaltet ihr das hier unten einfach aus und drückt auf Speichern, ja. Ähm, ich lasse das jetzt einfach mal eingeschaltet, auch wenn ich nur ein simples Passwort habe, aber es ist immerhin noch besser als gar kein Passwort. Und, ja, dann sollte das Ganze auch funktionieren. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo natürlich sehr freuen und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut doch mal bitte in die Beschreibung rein. Ich habe mir jetzt erst einen Patreon-Account erstellt und wenn ihr mich dort unterstützen wollt, würde mich das natürlich sehr freuen, ja. Und wenn ihr das natürlich nicht wollt, auch gar kein Problem. Ich habe dann alternativ nach unten in Amazon RefLink reingesetzt. Wenn ihr über diesen Link etwas einkauft bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision, würde mir natürlich immer sehr helfen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Kleiner Nachtrag noch, ähm, wenn bei euch hier so eine Meldung kommt, dann klickt ihr da oben einfach mal drauf, klickt auf das Erste, ja, und dann wird hier euch gefragt, wo ihr das Ganze freigeben wollt und dort drückt ihr Nein, das Netzwerk zu dem eine Verbindung besteht, zu einem privaten Netzwerk machen, ja. Ganz wichtig, weil mit dem öffentlichen Netzwerk ist immer so eine Sache, da sind die Einstellungen ziemlich strikt. Und dann werden euch hier auch die Geräte dann angezeigt, die vorher nicht angezeigt wurden.